Das Problem ist, dass ich vor letztes Jahr, vor dem Tag einfach, beziehungsweise vor der Woche einfach fast gar nichts mehr weiß und wenn das dann während vorne ins Gedächtnis oder mal in den Kopf gekommen ist, dann ist es so brutal. Aber ich muss sagen, ich habe die ganze Saison echt viel gut ausblenden können und so bei den Trainings und bei den anderen Männern war das nie präsent und jetzt bin ich einfach wieder nach Comantana zurückgekommen und auf einmal ist es wieder tot.